Es ist Review Time! Nein, mit Skeletten auf die Eier zu schießen, um die Küken zu befreien, die sich dort befinden. Okay, alles klar. Wir wissen, was wir zu tun haben. Das ganze Spielprinzip erinnert natürlich etwas an Angry Birds oder Bunny Shooter. Ungefähr immer das gleiche Spielprinzip. Ein bisschen Physik im Spiel, auch natürlich ein bisschen Knobeln im Spiel. Man muss hier zum Beispiel jetzt hier den richtigen Winkel herausfinden, um auch wirklich das Ei zum Platzen zu bringen. Und das Ganze machen wir in 40 Leveln, was ich ziemlich geil finde. 40 Level ist ein ziemlich großer Umfang, besonders weil die ganzen Rätsel doch relativ fordernd und anspruchsvoll sind. Man hat hier mindestens schon ab Level 5, 6, 7 ziemlich viel zu Knobeln, weswegen das mit dem Umfang auf jeden Fall klar geht. Grafik gefällt mir auch sehr gut. Es ist ein cooler, abgefahrener Comic-Stil. Man hätte hier vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, um das ganze Skurrile dieses Settings noch mehr herauszuschälen. Denn der Umstand, dass wir hier mit Skeletten um uns feuern, finde ich schon eigentlich ziemlich witzig. Da hätte man noch ein bisschen mehr raus machen können. Ansonsten ist natürlich gerade diese witzig übertrieben fröhliche Musik ziemlich witzig. Geiles Spiel auf jeden Fall. Spielt das Spiel, lest das Review und habt Spaß. Euer Fred. Hat von euch. Am hin oder verstanden und Tiger hat eine andere Ansonsten. Man hat das Spiel nicht noch einmal mehr von den ballern oder masterbooks. Die CGI-Sㅎㅎ ist wirklich gefährlich. Vielen Dank.